jo leute was geht ich bin zweitemal wieder eure anna und heute mache ich ein hamster video für euch ich habe zwei hamster gekriegt was geht's so guck mal hallo hallo hier ist einer zum beispiel was macht da gerade der ist da der tut das essen ja da ist nämlich so ist hier glaube ich hallo leute was geht ich will dass ihr ein like und ein abo da lasst und die glocke aktiviert für mehr was ach so ich liebe ihn habe ihn vor ein paar tagen gekriegt jetzt habe ich aber schon gesagt heute würde ich mal nicht so ein langes video machen erst zwei minuten hier ist noch mal der was macht denn der er geht ins rand jaa schnell schneller jetzt jetzt geht er hoch und hier rein ich sehe ich sehe ihn auch nicht ich guck mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal doch sind beide hier drinnen ich konnte noch mal raus etwas etwas ich doch nicht vielleicht sieht man was wenn ich's so mache ich guck mal ich schieb ihn kurz Nee, das geht nicht. Warte mal. Da drinnen sind sie. Aber ja. Wenn keiner kommt, dann können wir doch sagen, wenn wir jetzt in das Video Also, dann würde ich mal sagen, ciao.